Achtung! Dieses Video ist nicht für Kinder geeignet, da das originale Video bearbeitet wurde. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Papa, er hängt sich vor auf. Mama, Papa, füllt Bild, Spiel, Peppa und Schorsch. Seesal, das schöne Bild sollten wir an die Wand hängen. Das mach ich schon. Ich bin der Heimwerker-Experte hier im Haus. Bist du sicher, dass du das schaffst? Ich bin der Heimwerker-Experte hier im Haus. Bist du sicher, dass du das schaffst? Natürlich nicht. Ich hau einfach das Bild in die Wand und häng einen Nagel ran. Sehr gut. Ich bin da mal weg, Oma und Opa besuchen. Also, bis später. Und macht bitte keine Sauerei. Macht bitte kein Ei. Sauerei? Wiederseh'n. Wiederseh'n. Papa, dürfen wir dir helfen beim Bild aufhängen? Dürft's hier nicht, Soße? Als erstes brauche ich ein Maßband. Und einen Bleistift. Da schlag ich nachher den Nagel ein. Mach die Wand nicht kaputt, Papa. Hohohohoho. Jetzt brauche ich nen Ham-Ham und nen Nah-Ham. Trete zurück, Kinder. Jetzt seht ihr einen Handwerker in Aktion. Noon. Papa Wutz will jetzt den Nagel in die Wand schlagen. Mach die Wand nicht kaputt, Papa. Ha. Hohohohoho. Saß er nicht albern, Peppa. Binder leicht. So war das aber nicht gedacht. Papa Wutz hat ganz viele Risse in die Wand gemacht. Oh, Papa! Jetzt ist die Wand kaputt. Ich seh' die Risse immer noch, Papa. x Scar! mmhhh Gleich hab ich ihn! OOOHH! OOOH! HUNT TOE HMMMMM-HMMM-HMMM HMMMMM? Meinst du, dass Mama was merkt? Äh ja, das wäre gut möglich. Kiko 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 Kik! Schnell! Kilo Kiko 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 Kiko! Was machen die beiden? Papa! Wir können dich süß! Papa Wutz muss die Wand reparieren bevor Mama Wutz kommt. Ziegelstein bitte! Feig! So, los! Alter, als nächstes verputzt Papa Wutz die Steine. Matschi Matschi! Die Steine! Sieh!